Sehr geehrter Herr Generaldirektor Tedros, Exzellenzen, sehr geehrte Damen und Herren! Wir erleben eine globale Krise. Fast fünf Millionen Menschen weltweit, die sich Stand heute mit dem Coronavirus infiziert haben und ebenfalls Stand heute rund 300.000 Todesfälle weltweit. Außerdem geschlossene Grenzen und herbe Einschnitte im Wirtschafts- und Alltagsleben zeigen, dass kaum ein Land von der Pandemie und ihren Folgen verschont bleibt. Diese Krise kann kein Land allein lösen. Wir müssen gemeinsam handeln. Daher danke ich Ihnen allen, die Sie an der Weltgesundheitsversammlung teilnehmen, um gemeinsam nach Lösungen zu suchen. Am dringendsten aber ist jetzt natürlich die Coronavirus-Pandemie einzudämmen. Hierfür bedarf es weltweit geeigneter Diagnostiker und Therapeutiker. Außerdem gilt es, einen Impfstoff zu entwickeln, der natürlich für alle zugänglich und bezahlbar sein muss. Nicht zuletzt müssen wir die vielfältigen wirtschaftlichen und sozialen Folgen der Pandemie gemeinsam abfedern.